Herzlich Willkommen zu unserem dritten Studium des Bruches der Sprüche. Wir haben heute den Titel Es geht um Leben und Tod. Und ich freue mich, dass wir in den Texten, wo wir heute betrachten werden, eine besondere Tiefe hoffentlich erlangen in der Erkenntnis unseres Wesens, der Art und Weise, wie uns Gott gemacht hat und wie sein Gesetz oder welche Rolle sein Gesetz in unserem Leben spielt und spielen soll. So lasst uns den Text lesen. Wir fangen an in Sprüche 6, ab Vers 20. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Leere deiner Mutter. Binde sie beständig auf dein Herz. Schlinge sie um deinen Hals. Wenn du gehst, sollen sie dich geleiten. Wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten. Und wenn du aufstehst, sollen sie zu dir reden. Wow! Also es ist ein enormes, schöne Beschreibung von dem Gebot, von der, dessen, was du gelernt hast. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens, um dich zu bewahren von der bosen Frau und so weiter. Wir wollen uns heute etwas bewusst machen und klar machen, was vielleicht uns so noch nicht bekannt war. Nämlich, wie funktioniert das in unserem Leben, dass wir das so erfüllen, wie es hier stehst, wenn du gehst, sollen sie dich geleiten. Wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten. Und wenn du aufstehst, so sollen sie zu dir reden. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind Weg des Lebens. Wieso ist das so? Wir haben gesehen, dass die Weisheit und das Licht identisch ist. Wir haben gesehen, dass die Gerechtigkeit und das Licht identisch ist. Der Gerechte geht auf einem Pfad des Lichtes, das immer heller wird. Immer heller, immer klarer. Was bedeutet das? Wie hat das zu funktionieren, um dich zu bewahren, um dich zu bewahren, dein Leben richtig zu steuern? Lasst uns das mal betrachten in dem, was wir bisher gesehen haben. Wir haben hier gesehen, letztes Mal, dass der Mensch aufnehmen muss. Der Geist des Menschen muss aufnehmen, um dann fähig zu sein, zu handeln. Er braucht eine Quelle, woher er sich informiert. Und er muss jetzt von dieser Quelle die Information holen. Und deshalb werden wir aufgerufen, es zu bewahren, es in unser Herz zu schreiben. Wir werden noch später lesen, was das wieder, wie Gott durch Salomon das uns beschreibt, dass wir es besser verstehen. Vielleicht lesen wir es zuerst und dann versuchen wir es zu malen. Ab Vers 24. Um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden, begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken. Denn eine hurerische Frau willen kommt man an den Bettelstab und die Frau eines anderen gefährdet, die kostbare Seele. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? So ergeht es dem, der zu der Ehefrau seines Nächsten eingeht. Keiner wird ungestraft bleiben, der sie anrührt. Man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Leben zu fristen, weil er Hunger hat. Wird er ertappt, so muss er siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Haus hat. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Schläge und Schmach werden ihn treffen und seine Schande ist nicht auszutilgen. Denn die Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn und am Tag der Rache wird er nicht schonen. Er wird nicht bereit sein, ein Lösegeld anzunehmen und lässt sich auch durch das größte Geschenk nicht besänftigen. So das ist die, das wovor uns die Ermahnung bewahren soll, das Schreiben der Dinge in unser Herz. Aber jetzt kommen wir zu Kapitel sieben, wo wir weiterlesen wollen. Mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Und bewahre meine Leere wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester und sage zur Einsicht, du bist meine Vertraute oder meine Freundin, damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremdenfrau, die glatte Worte gibt. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und so weiter, das lesen wir ein wenig später. So, es geht hier um das Gesetz und es geht darum, dass man das Gesetz bewahrt, so wird es uns am Leben erhalten. Und es muss gebunden werden um deine Finger. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So, wie soll das geschehen? Wie sollen wir diese Dinge verstehen können? So, ich versuche es wieder an unserem Herzmodell, dass wir es begreifen können. Wir haben also unser Plus und unser Minus. Wir haben unseren Geist. Gewinn und Verlust. Wir haben ein Ja für den Gewinn und ein Verlust, für den Verlust ein Nein. Und jetzt, das ist die Vorgabe, wie wir funktionieren müssen. Das ist Standard, das wird sich nie verändern. Die einzige Verführbarkeit des Menschen besteht in, was Gewinn und was Verlust ist. Es sind die drei Fragen, die letztendlich geklärt werden müssen. Wo der Geist sich informiert. Einmal, woher, wie und was. Woher Gewinn? Woher wie zum Gewinn kommen? Gewinn und was ist Gewinn? Hat man diese erste Definition, hat man, weiß man, was das ist, dann ist man sicher. Und die Heilige Schrift macht klar, es gibt zwei Grundsätze, zwei Ideen, das woher kann jetzt Gott sein, oder hier die Menschen oder der Satan. Tiere, Materie. Wie wäre nach dem Gesetz, das Gesetz beschreibt das Wie, aber das Gesetz beschreibt auch das Was. Wie Das wäre durch Wissen, das Nehmen, um zu geben. Das ist das Wie, Nehmen, um zu geben. oder hier wäre das Wie, Geben, um zu nehmen. Und jetzt kommt noch das Was. Was ist letztendlich der Gewinn? Was ist es? Und hier kommen jetzt die Beschreibung der Gebote. der Gewinn hier wäre, wenn ich jetzt nur das Ehegebot nehme, das, was jetzt hier ständig vorkommt, im in dem Brief, in dem, ja, in den Schriften des Salomon, wo es um die Ehebruch, wo es um die Treue geht. Hier hätten wir die Treue. Wie erfülle ich das? Ich nehme von Gott, ich habe etwas verheißen und ich gebe es, ich bleibe treu. Die Treue, nicht die Freue. die Treue. Das ist, und hier wäre es eben die Untreue. Hier gehe ich zur Fremden, hier lasse ich mich gelüsten in meinem Herzen. Nun, auf beiden Seiten werden wir versucht vom, ich sage jetzt mal vom Guten, von dem, was Spaß macht. Wir haben gesehen, dass die Lippen der Verführerin süß sind wie Honig sein und dass ihr Mund glatt ist wie Öl. Das war in dem letzten Abschnitt, bevor wir das gelesen haben. Und hier kommt dann der Nächste, dass man sich von der Schönheit der Fremden nicht verführen soll, von ihren Augen Liedern und was auch immer dort beschrieben wird, was so für einen Mann an einer Frau hervorkommt als Attraktion, als ich sage jetzt mal einladende sexuelle Lust. So, das ist also, wir werden beides wird uns als Gewinn angeboten. Da haben wir gesehen, dass eins ist ein Verlust, wenn man es tut. Am Ende kommt das Zerstören, immer der Tod steht immer am Ende des Übertreters, auch wenn er von der Lust, von dem ich sage jetzt mal positiven, von dem Anziehenden angezogen wird, weil es ja muss ja ein Gewinn sein, sonst kann uns Satan nicht verführen. Mit einem Verlust kann ja nicht kommen, dass wir ihn tun, weil da sagen wir nein. Er kann uns nur verführen zur falschen, indem er uns einen falschen Gewinn anbietet. Und jetzt müssen wir verstehen, wie lernt der Mensch, dass er weiß, was Gewinn ist. Wie haben wir immer wieder gesehen, nehmen und zu geben, aber wie, was ist ein Gewinn? Welche Grundsätze muss er schreiben in den Boden seines Herzens? Und ich stelle mir es so vor und ich habe es aus der Schrift und aus der Erfahrung mit den Menschen. Wenn das mein Geist ist, so muss er sich ja an etwas informieren. Er muss von, ich sage jetzt mal, sich selbst auf Dinge stützen, die ihm Gewinn sind, die er annehmen will. Und die muss er quasi durch sein Ausüben in sich hineinschreiben. Sie sind extern, wenn man so will. Hier ist wiederum die Untreue und hier haben wir wiederum die Treue und wir müssen schauen, wonach orientiert sich jetzt der Geist? Und es mag sein, dass der Geist hier bei seiner Bekehrung die Treue in sein Herz schreibt. Er übernimmt sie und hier ist jetzt die Treue zu seiner Haltung geworden. Er sieht ein, die Treue ist super gut. Er erkennt, treu zu sein ist schön und ist Gewinn. Aber jetzt ist seine Treue noch noch nicht gefestigt. Sie ist da, sie ist umstrichelt, aber sie hat noch nicht die Basis erreicht im Sinne, dass der Geist völlig überzeugt ist, dass das wirklich der ultimative Gewinn ist. was meine ich damit? Wir können also etwas versuchen zu lernen, aber wir nehmen es an, aber das, was wir angenommen haben, muss sich erst festigen als Überzeugung. deshalb finden wir die zwei Kategorien von Menschen, die versinnbildet werden mit dem Boden, einmal von dem Samen, der auf den steinigen Boden fällt, da kommt es nicht zur Wurzelbringung, man wächst zwar, man ist treu, aber dann kommt die Versuchung zur Untreue und irgendwie fällt man rein. Man liebt die Treue, aber sie ist einem noch nicht zur Überzeugung geworden, sie hat noch keine Wurzeln geschlagen. Dasselbe ist auf dem Boden, wo die Dornen und Disteln sind, dass dort bei dieser ganzen Geschichte der der Mensch von den Sorgen des Lebens übernommen wird. Da ist der Mensch, der will mit Gott gehen, er übergibt sein Leben, sagt, ich werde jetzt für die Mission da sein, aber dann kommen die Sorgen und dann denkt er, naja, habe ich das doch jetzt richtig, die Leute sagen immer wieder, schau, es wäre doch vielleicht besser, du machst das und du gewinnst ein bisschen Geld und es muss doch etwas ändern. Denn ich kann das nur so viel sagen, als ich anfing mit meiner Tätigkeit in der Praxis zu beraten und es mir immer mehr Zeit nahm und ich gleichzeitig in finanzieller Not war, da habe ich gedacht, da wurde ich immer wieder ermutigt, doch für die Beratungen Geld zu verlangen. Aber ich hatte damals schon am Anfang an die Idee, dass das Liebe ist. Der Text, der mir im Hintergrund stand, war, umsonst hast du es bekommen, umsonst gibt es weiter. Und so habe ich gesagt, okay, das ist etwas, was umsonst sein muss, das ist eine Information, die kommt nicht von mir, die stammt nicht von mir, die muss ich umsonst weitergeben. Und diese Information habe ich deshalb umsonst weitergegeben. Aber jetzt wächst die finanzielle Not und du bekommst immer mehr Leute, die sagen, aber du solltest doch, warum denn nicht, es ist doch Zeit, die du dort verbringst und es wäre doch auch wichtig, das ist ja keine schlechte Sache, mach doch deinen Psychotherapie Schein noch dazu und dann kannst du es über die Kasse abrechnen und dann hast du durch deine Tätigkeit auch einen finanziellen Gewinn. Und ich habe alle diese Dinge vor Gott gebracht und in keiner Weise bin ich bei ihm damit durchgekommen und ich bin und denke, dass sich das so langsam in mir so gesetzt hat, dass ich nicht mehr versucht werden kann je für meine Leistung als Berater auch nur einen Cent zu nehmen. Was ich als Arzt tue im Sinne einer physischen Sache, dass ich in die Ohren schaue, dass ich untersuche, das alles hat seine Ziffer und hat seine Abrechnung. Das ist auch legitim, es abzurechnen. Aber dass ich mein Herz mit einem anderen Menschen teile, dass ich ihm erkläre das Evangelium, dass ich zu ihm komme und mit ihm versuche den Weg zu zeigen, den er gehen soll, damit er lebt und gesund ist. Das muss umsonst sein, weil es muss Liebe sein. Gott hat seine Jünger nicht ausgeschickt und sie sollten das Evangelium verkünden für Geld. Er hat gesagt, geht, ihr werdet, ihr müsst nichts mitnehmen, es wird für euch schon gesorgt werden. Wir sollten kein Geschäft machen aus dem Evangelium und ich habe das in mir so drin, gut, ich bin sowieso kein Geschäftsmann, wenn es ohne Geld alles ginge, wäre es gut, so, es liegt mir nicht, in diese Richtung zu gehen und ich hoffe, dass diese Sache zur Überzeugung geworden ist. Das heißt, dass ich nie mehr, ganz egal, in wie viel miserablen finanzielle Situation ich bin, sage, naja, ich mache diese Beratung, aber könnt ihr mir ein bisschen was zahlen dafür? Das will ich nie tun. Und ist das herabgesagt und zur Überzeugung geworden, ist das nicht mehr veränderbar in mir. so, der Mensch muss also mit den Informationen, die er aufnimmt, einen Weg durchlaufen. Der Weg geht bis hin zur Überzeugung oder zur Wieder Hinaustun der Treue. Wieder weg tun dessen, was man einmal dachte, richtig ist. So, wenn wir also etwas annehmen in unserem Leben, heißt das nicht, dass das für uns jetzt Gesetz geworden ist. Es ist erst Gesetz geworden, wenn es in meinen Geist so hineingeschrieben wurde, dass es nicht mehr veränderbar ist. So, der Geist ist also, wenn man so will, flexibel. Er kann seine Meinung ändern, die er einmal hatte, aber das nur solange die Meinung, die er hat, die nicht 100% gefestigt ist. wird sie und kommt sie aber zur 100% Überzeugung, ist es nicht mehr möglich, den Geist zu verändern. Mit anderen Worten, ich lerne die Treue. Ich bitte Gott, ich bin fasziniert von der Treue, aber diese Treue ist mit Strichlein in meinen Geist hineingeschrieben und ich fange an, treu zu sein. Und in dieser meiner Treue handle ich so, dass ich sie umsetze. Aber man kann ja Treue nur dann umsetzen, wenn man geprüft wird, ob das jetzt mit der Beratung auf der finanziellen Seite ist, oder ob das in der Ehebeziehung ist, ob das bei dem Worthalten eines Termins ist. Die Treue hat sehr, sehr viele Aspekte. Aber die Treue muss sich quasi in meinem Leben wie eine Pflanze entwickeln oder wie etwas, das fest wird in mir. Und ist die Treue völlig fest geworden, nicht mehr gestrichelt in meinem Leben, bin ich an diesem Punkt nicht mehr veränderbar. Da kann jede Anfechtung kommen. Mein Geist ist nicht mehr fähig, sich zu ändern. Nicht mehr fähig, sich zu ändern. Er kommt zur definitiven Überzeugung. So nenne ich das. Die definitive, die endgültige Überzeugung. Diese endgültige Überzeugung ist nach den Worten der Schrift nichts anderes als das Gesetz in das Herz schreiben. Das Gesetz in das Herz schreiben. Und wenn es ins Herz geschrieben ist, eingebrannt, null Möglichkeit mehr es zu ändern. Das birgt und zeigt uns den Erlösungsplan. Als Jesus auf die Welt kam, hatte er das Gesetz in sich. Aber es musste in ihm die Phasen der sage ich jetzt mal in den Phasen der Überzeugung musste es hineinsinken. Es musste also aus der gestrichelten Art zu einer völlig festen Art werden. Sonst wäre unser Heiland nicht versuchbar gewesen. Der Heiland als er auferstand von den Toten hat er und war er unter keiner Versuchung mehr. Weil er durch sein Leben bis dahin bewiesen hat, dass diese Grundsätze trotz der schwierigsten Anfechtung in dieses Level hinabgesunken waren, dass sie unveränderbar waren. Satan hat sich die Zähne an Christus ausgebissen. Er konnte ihn nicht zur Untreue gegenüber seinem Vater bringen. Er hatte es versucht und Jesus hätte fallen können. Aber als Jesus vollendet war am Tage der Auferstehung, als er als Sohn Gottes auferstand, so wie der Apostel Paulus ihn beschreibt, er ist als Sohn Gottes bei der Auferstehung. Als er da auferstand, hat er durch sein Leben bewiesen, dass er die Treue Gott gehalten hat. Und er wurde verändert, völlig überzeugt von dem Gebot. Nun sehen wir seine Prüfungen, so war er ja schon vorher davon überzeugt. Aber er hätte am Kreuz, als sie nagelten ans Kreuz, hätte er ja vielleicht eventuell sagen können, naja, ich steige hier runter. Er wurde ja versucht, die Leute haben ihn angesprochen, haben gesagt, komm, komm, hilf dir selbst und hilf uns. Aber Christus hat das nicht gemacht. weil in seinem Herzen das Gesetz gefestigt war. Es war durch die vielen Anfechtungen und vielleicht könnte man sagen sogar, als er in Gethsemane die endgültige Entscheidung traf, für den Menschen ans Kreuz zu gehen, als er sich dem Willen Gottes völlig unterstellte. Als er der Überzeugung klar wurde, Gott treu zu sein, ist besser, wie mein eigenes Leben zu bewahren und der Kelch an mir vorüber zu gehen, dann können wir wissen, ab dem Zeitpunkt wurde er jetzt geprüft, ob diese Überzeugung fest war oder nicht. Und Jesus bewies es, dass sie fest war unter den schwierigsten Umständen des Lebens konnte er nicht verändert werden. Aber vollendet war er als eine neue Schöpfung, als er auferstand aus dem Grabe, da hat er mit Sünde nichts mehr zu tun, er konnte nicht mehr versucht werden, er war die neue Kreatur, die jetzt wieder hergestellt war, aber nicht so wie Adam, als Adam geschaffen wurde, hatte er die gestrichelte Linie in seinem Herzen, er war in die Anfechtung hineingesetzt, zwischen Gewinn und Verlust zu entscheiden, isst du, dann verlierst du, isst du nicht, von dem verbotenen Baum, dann gewinnst du. Und es wurde ein Kampf gegeben, er wusste nicht, er konnte sich zur Untreue entscheiden. Für den neu erschaffenen Menschen Christus, er kann sich zur Untreue nicht mehr entscheiden, weil er jetzt völlig überzeugt ist und nichts mehr kann ihn ändern. deshalb war Adam nicht mit dem ewigen Leben, er musste das, die Überzeugung in seinem Herzen musste sich erst festigen, Gott treu zu sein. Und als sie gefestigt gewesen wäre, wäre der Baum verschwunden und es wäre nie mehr eine Anfechtung in sein Leben gekommen. so müssen wir verstehen, der Geist des Menschen ist flexibel, das heißt, er muss Dinge lernen, bis sie zur endgültigen Überzeugung geworden sind. Hat er sie als endgültige Überzeugung hineingelegt, ist er nicht mehr veränderbar. Das finden wir in der Heiligen Schrift. Etliche Male, oder wenn man sie sucht, findet man sie viele Male beschrieben. Und wir finden sie sowohl auf der guten Seite, als auch auf der negativen Seite. Es kann nämlich auch so sein, dass ich die Untreue in meinen Geist als richtig sehe und einbaue. Und dann, wenn die Untreue in meinem Herzen quasi sich eingebaut hat und sagt, naja, Treusein ist eine Dummheit, ich bin noch ein Mann, ich brauche mehrere Frauen und Treue ist nicht etwas, was ich will und brauche, dann festigt sich natürlich die Untreue im Geist eines Menschen. Und was sich gefestigt hat, ist nicht mehr veränderbar. Nie mehr. Nie mehr. Deshalb ist es so entscheidend bei der Erziehung des Menschen, dass man ihm Dinge beibringt, die müssen dann geprüft werden und gefestigt werden in ihm, aber dass sie gut sind und wenn er sie festigt, 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 kommt es zu dem Punkt, der Rahmen ist komplett, das Ding ist drin, der Mensch ist an der Stelle, der Geist dieses Menschen ist an der Stelle null veränderbar, null veränderbar, weil es ist zu seinem eigenen Gut geworden, wenn man so will. Es ist zu seiner eigenen Überzeugung geworden. Ich möchte den Gedanken wirklich, dass wir ihn festigen. Es wird uns gesagt, dass wir unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang bringen. Jesus kam auf diese Welt und sagte, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Und das war, weil der Wille Gottes zu seinem Willen wurde. Und Ellen White sagt, dass Menschen werden mit Gott so wandeln, dass sie nicht mehr den Unterschied sehen zwischen ihrem Willen und dem Willen Gottes, dass sie meinen, sie tun den Willen Gottes, dabei tun sie ihren eigenen, weil die zwei sich geeinigt haben. Und ist man sich einig in dieser Sache und ist man völlig fest, dann ist man mit Gott unzertrennlich verbunden. Damit hat man die Grundsätze Gottes in sein Herz geschrieben bekommen. Sie wurden durch das tägliche Leben, durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns hineingeschrieben. Jesus sagt, der neue Bund sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Und der Salomo betont das immer und immer wieder. Das Gesetz ist das zentrale Thema seines ganzen Lebens und das Halten desselben, was nur durch die Furcht Gottes geht. so er ist klar und deutlich. Mein Wille, meine Persönlichkeit, die Grundsätze, noch denen ich nachwandele, müssen von irgendwo übernommen werden. Und identifiziert sich mein Wille mit Gottes Wille und sagt, wow, das ist auch so Williges. Oder identifiziert er sich mit dem Bösen, wo man sagt, naja, die Treue ist doch eine Dummheit, untreu ist doch schön und macht Spaß und Seriosität ist nicht das, was wir mögen, sondern hier, wir mögen die Ausschweifung und das Gehen lassen, die Selbstbeherrschung ist doch nicht etwas, wo wir danach streben sollten. Nein, nein, das ist, wir wollen frei tun, was wir hochkommt, was in den Mund kommt, wir reden einfach, was wir denken, wir sind, wir wollen das nicht. So, beide Ebenen, in beide Richtungen kann sich der Geist des Menschen entwickeln und er kommt in jede Richtung irgendwann mal zu dem Punkt, wo er nicht mehr zurück kann, weil es ist für ihn zu einer endgültigen Überzeugung geworden, dann kannst du reden mit einem Menschen, was du willst. Nur Chance, nur Chance, nur Chance. Und wir haben einige Beispiele in der Heiligen Schrift von solchen Menschen. Lasst uns sie kurz betrachten. Wir haben den Henoch als ersten Menschen, der mit dem Willen Gottes sich so verbunden hat, dass er nicht mehr auf dieser Welt wandeln konnte oder musste. Gott hatte in seinem Herz unter seiner Mitwirkung alle Grundsätze hineingeschrieben und sie wurden für den Henoch zu einer unveränderlichen Überzeugung. Deshalb konnte Gott den Henoch nicht auf dieser Erde lassen. Er hätte ihn sterben lassen können, aber er wollte zeigen, dass es möglich ist, dass ein Mensch in der sündigen Natur geboren, dennoch im Wandel mit Gott so verändert werden kann, dass die Grundsätze und der Wille Gottes, das Gesetz Gottes zu seiner eigenen unwandelbaren Überzeugung wird. Ihr wisst ja, Gott ist nicht veränderbar in seiner Art. Seine Überzeugung und sein Gesetz steht fest, das geht nicht zu verändern. Und wir sollen die Grundsätze Gottes in unserem Geist oder Seele unser Leben einbauen, damit wir auch fest sind an der Stelle. Wir sind Wachsende, wir sind nicht Gott. Gott ist nicht Wachsende, er muss nichts dazulernen. Wir müssen sie in unseren Geist hineintun. Das nimmt Zeit für Gott. Deshalb sind wir und ist der Mensch auch nach dem Sündenfall in einer Probezeit, wenn man so will. Gott hat durch die Gnade die Probezeit des Adam wieder hergestellt. Er hat sie verloren gehabt, aber jetzt hat er gesagt, naja, du bist gefallen, aber ich gebe dir noch eine Probezeit, ich verlänge sie, ich gebe dir noch eine Möglichkeit durch das Leben Jesu, dass du dennoch zu der Überzeugung kommen kannst, dass der Weg mit mir besser ist, wie der Weg des Übeltäters. Und so muss der Mensch sich selber überzeugen von der Information, die er aufnimmt. Henoch war der Erste, der in seinem Herzen Gott so gedient hat, dass er nicht mehr verändert werden konnte. Und er hatte keinen Platz mehr auf der Erde. Es gibt aber auch einen Menschen vorher noch, der auf der negativen Seite steht, dessen Herz sich gegen die Überzeugung Gottes gewendet hat, mit jeder Gewalt. Und das ist der Kain. Der Kain weiß, was richtig ist, aber der Kain hat seine eigene Idee, wenn man so will. Er möchte die Art und Weise so tun, wie es denkt. Er sagt, ich möchte ein Opfer bringen, das ich will mir aussuchen. Ich brauche kein Lammes Blut, ich weiß besser, was ich opfern will, und ich bringe das, was ich meinte, er selber hergestellt hat. Kain wurde von Gott gewarnt, er wurde von seinen Eltern erzogen, dass er den guten Weg wählt, aber der Kain hat sich dem gewährt. Dadurch wurde die Untreue, seine eigene Betrachtung, sein Eigenwille blieb ihm und wurde als Überzeugung gefestigt. Und so bleibt Kain als der Mensch am Leben, obwohl er, wenn man so will, seine Chance zur Umkehr verdorben hat, nicht mehr existiert. weil er etwas zu einer Überzeugung gekommen ist, die er nicht mehr ändern kann. Weil all das, was wir hineinbauen, wird irgendwann mal ummauert und steht fest. unveränderbar. Ein anderes Beispiel ist der Pharao. Der Pharao, der sein Herz verhärtet hat. Es steht in der Bibel häufig, dass Gott verhärtet ihm sein Herz. Es war nicht Gott, der ihm sein Herz verhärtet hat. Gott hat durch diese ganzen Plagen deutlich gemacht, wie ein Mensch sich nicht mehr ändern kann, wenn in seinem Innersten die Überzeugung feststeht, was er will oder was er nicht will. Es gibt diese zwei Sachen, ja und nein. Was er will und was er nicht will. Und Pharao ist so ein Beispiel. Auch die größten Plagen, auch der Tod seines Sohnes, die ihn zwar verändert in dem Sinne, dass er seine Hilflosigkeit ansah oder in den anderen Plagen, aber er war nicht fähig mehr zu sagen, okay, ich höre auf Gott. Wir haben den König Saul, der gut angefangen hat, in dessen Herzen Gott eine Möglichkeit gesehen hat, dass er sich gut entwickeln wird und solange er über sich selbst ein kleines Auge hatte, solange nicht diese hohen Augen hatten, wie wir gesehen haben, im Kapitel 6 beschrieben, die Gott hasst, weil er sie nicht ist, die Hochmut. Solange der Saul in seinen Augen selbst sich niedrig sah, solange war er wachsbar, ja, er war fähig, sich zu entwickeln und zu wachsen und Überzeugung hätten gefestigt werden können. Aber als er geprüft wurde, als jetzt Gott dahin brachte, um diese Überzeugung entweder zu festigen oder loszulassen, dann ließ der Saul die Überzeugung los. Er maßte sich an, selber zu opfern, obwohl er seinem König verboten war, zu opfern. Er war ungeduldig. Er hat sich nicht gebeugt und gesagt, okay, es ist Gottes Plan, Gottes Werk, ich werde nicht das tun, was mir nicht zusteht. Das ist eine gute Überzeugung, nicht tun, was mir nicht zusteht. nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt. Oh, das wäre wichtig, dass man das hier in sich hinein schreibt. Ich schreibe es jetzt nicht mehr, aber vielleicht abgekürzt W M N Z was mir nicht zusteht. Das will ich nicht tun. Und jetzt wird man halt hier geprüft und besteht man die Prüfung, sage ich mal, wird eine Latte gezogen, man ist dem Ziel der Überzeugung, der völligen Überzeugung näher gekommen. Aber Saul besteht das nicht. Er hat bis dann nie geopfert, aber jetzt ist er in der Prüfung und er opfert. Damit führt er sich, geht er natürlich in eine falsche Richtung. Aber er war noch nicht mit der falschen Sache endgültig drin. Es gab noch Hoffnung für Saul, dass er die wahre Überzeugung festigt. Und so gibt ihm Gott die zweite Möglichkeit des Gehorsams. Man sagt, geh und tu das und so und so und er sagt, ja, genau so will ich tun. Und Saul tut es, aber er tut es nicht völlig. Er hat seine eigene Idee dabei, das Verschonte wird verschont und den König Agag lässt er auch am Leben. So der Saul hat so die Idee, mein Wille weiß es besser wie Gottes Wille. Ich weiß es besser wie Gott. Auch das kann als Überzeugung in mein Herz hineingeschrieben werden. Und ist das fest geworden? Habe ich das geprüft und Gott sieht, okay, der Mensch ist überzeugt, dass er es besser weiß und das in mehrfacher Prüfung, dann kann Gott mit diesem Menschen nichts mehr tun, weil die Überzeugung ist gefestigt, sie ist eingerahmt, sie ist nicht mehr veränderbar. Null, Null Fähigkeit. Was der Geist überzeugt ist, in der tiefsten Ebene, was einzementiert ist, ist nicht mehr veränderbar. Das ist eine gute Nachricht, wisst ihr das? Ich finde das super. Ich finde es gut, dass wir nicht ein Leben lang an einer Sache ständig hin und her überlegen müssen, ob wir sie jetzt tun oder nicht, ob wir sie best behalten oder nicht, sondern dass wir mit Gottes Hilfe Schritt für Schritt vorwärts gehen und Mauern tun unter die Gebote Gottes in unserem Herzen und wenn diese Mauern fest sind, wenn sie eingemeißelt sind in unser Herz, dann ist es nicht mehr wandelbar. so ist der Mensch erlösbar. Damit wird er nie mehr auf die Idee kommen, ich will was dagegen tun. Er ist völlig überzeugt, dass das so ist und kann sich nicht mehr ändern. Nie mehr. Nie mehr. weil der Wille Gottes ist ihm entweder völlig fest geworden oder sein Eigenwille sein ich weiß es besser wie Gott ist völlig fest geworden. So werden die Menschen dazu kommen. Jesus spricht mit Judas Judas hat lange Zeit Gott hat mit ihm lange gearbeitet aber Judas hat sich in seinem Herzen nicht wirklich bekehrt dennoch hat Jesus sich jede Mühe gemacht aber es kommt der Punkt wo Judas nicht mehr zurück kann wo und der Punkt ist bei der Fußwaschung wo er zur Überzeugung kommt wenn das der als König wäscht mir die Füße dann muss ich dem Petrus auch die Füße waschen oder ich weiß nicht irgendeinem Bettler auf der Straße das kann ich Judas nicht ich bin doch ein stolzer Mensch dann hat der stolz dich so eingenommen dass du unfähig bist es mehr zu ändern Judas hätte es damals ändern können damals als Jesus die letzte Handlung an ihm tut wurde sein Herz berührt beschreibt er weit so schön Judas hätte bekennen können seine Sünde und seinen Trug in seinem Herzen aber Judas wollte ein irdisches Königreich Judas hatte ein festes Ziel er wollte groß sein auf der Erde und er konnte nicht in die Demut seines Meisters einsteigen sie war ihm entgegengesetzt seiner Überzeugung und als Judas den Raum verließ war jede Hoffnung dass er je sich ändern könnte verloren in seinem Geist war eine Überzeugung gefestigt die nicht mehr veränderbar war und so wird es auch am Ende der Zeit sein wenn Jesus in den Wolken des Himmels kommt wenn er sein Werk beendet so schreibt die Heilige Schrift eine eine eindeutige Aussage in Offenbarung Kapitel 22 und dort steht so suche den Text ab Vers 11 wer unrecht tut der tue weiter unrecht und wer unrein ist der verunreinige sich weiter und der gerechte über weiter gerechtigkeit und der Heilige Heilige sich weiter so die Zeit kommt wo niemand mehr seine Grenze ändern kann seine Überzeugung verändern kann weil sie ich sag jetzt mal von ihm einverleibt wurde in seine Seele in ihn hineingeschrieben worden ist deshalb ist es so entscheidend für uns die Schritte zur endgültigen Überzeugung sind auf der negativen Seite manchmal nicht erkennbar wir lassen uns verführen und gehen in eine Richtung und sehen nicht dass wir dann am Ende in der Vogelfalle drin sind und keinen Kommen mehr haben weil wir uns gegen die Vernunft weil wir gegen jegliche Aufforderung Gottes uns gestellt haben und sind in die falsche Richtung gegangen bis es nicht mehr möglich war weder für Gott noch für ja Gott ist ja die höchste Kraft für keinen keine Möglichkeit mehr gibt mich in meiner Überzeugung zu ändern deshalb sind wir möchte es nochmal wiederholen gerade weil der Saul der Salomo schreibt ja an seine Söhne oder wir sehen er übernimmt es ja und sagt mein Vater als ich noch sehr jung war hat er mich diese Dinge gelehrt deshalb haben wir hier in Vers 6 dieses bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters so in der Kindheit musst du die Überzeugungen aufnehmen man muss sie dir beibringen und verwirf nicht das Gesetz deiner Mutter die Lehre deiner Mutter so man hat dir etwas beigebracht jetzt hast du natürlich die Möglichkeit das rauszuwerfen und es mit einer anderen Sache zu ersetzen oder mit einem blinden Auge dich betrügen zu lassen aber binde sie beständig auf dein Herz das heißt sei vorsichtig dass du sie immer behältst schlinge sie um deinen Hals das heißt ja wir sehen es sehr häufig ist das wie eine Kette wie ein Schmuck dass du die Lehren die Gesetze behältst wenn du gehst sollen sie dich geleiten wenn du dich niederlegst sollen sie dich behüten und wenn du aufstehst so sollen sie zu dir reden denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens so wir haben viele Überzeugungen die wir hineinschreiben müssen das ganze Gesetz der zehn Gebote der Grundsätze Gottes muss in uns hineingeschrieben werden nicht nur das mit der fremden Frau oder mit der Faulheit oder mit dem sich einmischen in die Angelegenheiten anderer oder mit der Selbstbeherrschung all diese Sachen sind ganz bedeutend und es geht Schritt für Schritt mein Sohn Kapitel 7 Vers 1 bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir bewahre meine Gebote so wirst du leben und bewahre meine Leere wie deinen Augapfel sprich zur Weisheit du bist meine Schwester und sage zur Einsicht du bist meine Vertraute damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin vor der Fremden die glatte Worte gibt denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständigen beobachtete bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht der Strich auf der Gasse herum nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus in der Dämmerung am Abend des Tages beim Einbruch der Nacht als es dunkelte siehe da lief ihm eine Frau entgegen in Hurenkleidung und mit arglistigen Herzen sie ist unbändlich und zügellos ihre Füße können nicht zu Hause bleiben bald ist sie auf der Straße bald auf den Plätzen an allen Ecken lauert sie und ich hoffe wir verstehen dass es hier nicht wirklich um eine Frau an sich nur geht sondern um die Torheit um das rastlose Herz das ständig auf der Suche ist irgendwas nach seiner Befriedigung zu tun da griff sie ihn und küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm ich war Friedensopfer schuldig heute habe ich meine Gelübde bezahlt darum bin ich ausgegangen dir entgegen um eifrig dein Angesicht zu suchen und ich fand dich auch ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt mit bunten Decken aus ägyptischem Garn ich habe mein Bett besprengt mit Möhre mit Aloe und Zimt komm wir wollen uns an Liebe berauschen bis zu morgen uns an Liebes Kosungen erfreuen denn der Mann ist nicht zu Hause er ist auf eine weite Reise gegangen er hat verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten sodass er ihr plötzlich nachlief wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren bis ihm der Pfeil die Leber spaltet wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß dass es ihm sein Leben kostet so hört nun auf mich ihr Söhne und achtet auf die Worte meines Mundes dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht und gewaltig ist die Zahl derer die sie getötet hat ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich das hinab fährt zu den Kammern des Todes ich denke es ist klar dass das nicht das Bild ist nur eine Verführung einer Nacht ich hoffe es wird uns klar dass es hier um den Grundsatz der Verführung geht auf den falschen Weg zu gehen und dass man sich von der verführerischen Frau das ist die Torheit ist sich so umgarnen lassen und es scheint ja so viel Spaß zu machen es ist ja so schön mal sich gehen zu lassen wie der Mensch so sagt aber letztendlich sagt es hier bis der Pfeil deine Leber spaltet wer ein Vogel hastig ins nächst fliegt und nicht weiß dass es in sein Leben kostet deshalb geht es um Leben und Tod in unserer Betrachtung wir haben das ewige Leben oder den ewigen Tod zu wählen und die Wahl ist nicht eine einmalige so dass man sagt naja ich habe mich einmal entschlossen und jetzt gehe ich nein wir haben gesehen von den drei Böden die sich für Gott entscheiden zwei fallen weg nur einer geht tief hinein und macht Wurzeln und die Überzeugung wächst und sie kann Frucht bringen weil sie fest ist während die anderen zwei Böden gehen verloren die anderen zwei Kategorien von Menschen haben zwar Christus angenommen aber sie bleiben nicht auf dem Wege sie gehen auf die Straße und lassen sich von dem bösen Weib von der Hurerei es geht hier um das böse Auge um das eigene Ich um die Rastlosigkeit im Leben eines Menschen der der hingeht und meint der findet in der Welt so wie der verlorene Sohn er ging und dachte er wollte das Leben finden dabei fand er nicht das Leben so es gibt also einen Prozess in dem wir drin sind der Umwandlung und der eine Prozess führt uns in das Leben in das ewige Leben wo wir nie mehr sterben können weil die Grundsätze Gottes zu unseren Grundsätzen geworden sind und ist man eins mit Gott ist man eins in seinem mit seinem Charakter so wie Christus sagt ich im Vater und er in mir auf dass auch sie haben eins sein das ist das ewige Leben dass sie dich der allein wahrer Gott bist und Jesus deinen Sohn den du gesagt hast erkennen und erkennen bedeutet eins sein eins sein dann sind wir haben wir ewiges Leben dann gibt es nichts was uns zerstören könnte deshalb muss das Gesetz in unser Herz geschrieben sein und es muss zur endgültigen Phase kommen wo dann wir ein so überzeugt sind dass uns das nicht mehr verführen kann dann sieht man den Gewinn der der vergängliche Lust sieht man als vergänglich und lässt sich nicht mehr verführen so ich hoffe dass wir das verstehen bei den ganzen Sprüchen bei der beim Studium der Heiligen Schrift geht es um Leben und um den Tod der Tod das hingeführt werden zur Schlachtbank so wie das hier in diesem Bild des Jünglings der von einer schlauen Frau verführt wird getrachtet ist ist genau das was der Satan mit uns machen möchte dass wir folgen diesem dieser dieser Sache so wie eine Katze spielt mit etwas und man zieht den Faden und sie kommt einem immer näher das möchte ich nicht möchte mich nicht verführen lassen den Weg der Verdammnis zu gehen sondern ich möchte den Weg gehen mit meinem Herrn und ich möchte diesen Frieden haben wenn ich gehe so ist mir dieses dieses Gesetz Gottes ich muss es auswendig lernen diesen Text der ist so schön wenn du gehst sollen sie dich geleiten das heißt sie sind die die Bahn sie zeigen dir das Licht das Gesetz ist das Licht deines Lebens wenn du dich niedergläst so sollen sie dich behüten das ist so wie wenn die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule am Tag so wird mir das Bild hier irgendwo klar gemacht und dann wenn du dich wenn du aufstehst also in der Phase bevor du gehst dann sollen sie zu dir reden denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht Unterweisung und Ermahnung sind der Weg zum Leben sie führen uns dahin so sei sehr vorsichtig in dem was du tust jeden Tag festigen sich bei dir Dinge werden Mauern gemauert entweder um etwas Gutes um einen Grundsatz Gottes oder eine Mauer um einen Grundsatz des Bösen und irgendwann mal in diesem Prozess Gott weiß wann der zu seiner endgültigen Phase kommt kommst du an den Punkt der Nicht Zurück Gehbarkeit weil die Überzeugung ist zu dir selbst geworden du hast sie in dich hinein getan und sie wurde eins mit dir und ist sie eins mit dir kannst du nicht mehr die Ende und ist es die Gute ist es das Leben ist es die Falsche ist es der Tod wir wollen doch alle zum Leben hin oder wir wollen doch alle dahin kommen dass wir leben und fröhlich und glücklich sein der einzige Weg ist das Licht des Herrn sind seine Gebote wir müssen wissen woher wer ist es von dem wir uns beraten lassen an wen wenden wir uns für unsere Informationen ist es Gottes Gesetz gehen wir zu ihm indem wir von ihm nehmen und geben wir es weiter an unseren Mitmenschen sind wir willig die Gebote Gottes zu nehmen und sie umzusetzen und sind wir willig das was was die Gebote beschreiben die Treue zum Beispiel die die Lieblichkeit die Freiheit sind wir willig das in unser Leben schreiben zu lassen durch die Gnade Gottes und eines Tages den Punkt erreicht haben wo die Hölle uns nicht mehr überwinden kann wo jede Anfechtung auch wenn sie noch so groß ist uns aus unserer Überzeugung nicht mehr rauskommen kann weil wir nicht mehr anders können weil wir sind überzeugt das ist richtig und wir sind freie Wesen weil wir haben die Überzeugung uns selber beigebracht aber es ist nicht so im Lernprozess dass du wenn du etwas endgültig gelernt hast dass du es wieder verlernst nein das ist gefestigt und so wenn die Überzeugungen über das was was richtig ist was gewinn ist und was Verlust ist fest ist sind wir nur noch im Gewinn sind aber die Überzeugung gefestigt dass das falsche gewinn ist dann sind wir nur noch im Verlust ist letztendlich einfach möge Gott uns die Gnade schenken dass in diesem Studium des Briefes der Sprüche wir vertieft werden dass unser Geist sich mit dem Willen Gottes gern beschäftigt dass er die Gesetze Gottes mag sagt wow das ist ein Licht für mein Leben ist ein eine Weise für meine Entscheidungen das will ich haben so will ich sein und dann gehen wir den Weg bis die Treue endgültig zur Treue geworden ist einzementiert in mir dann bin ich treu dann kann das keine Macht dieser Welt mehr verändern weil ich habe es so gewollt ich habe es so gewählt ich habe es so in mein Leben eingebaut hoffen wir dass wir in diesem Prozess wachsen dass wir uns nicht verführen lassen in unser Herz Dinge zu behalten weil da sind viele schlechte Dinge dass wir die Dinge alle wegtun und sie mit den Überzeugungen Gottes hineinschreiben lassen und bald völlig eins werden mit dem Willen Gottes damit dieses Werk auf dieser Welt beendet werden kann durch die Treuen die Gott treu sind weil sie haben sich die Treue zu ihrem eigenen gemacht durch die Gnade unseres Herrn möge Gott uns diese Gnade schenken Amen mit dem Untertitelung. BR 2018